Themenreihe FreePBX 15 Asterisk 16 Teil 2.5 Registrierung am ZipGate Basic Anschluss Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nachdem ich nun im Teil 2.4 erläutert habe, wie man die FreePBX am ZipGate Trunk registriert, will ich nun in diesem Teil erläutern, wie man die FreePBX am ZipGate Basic Anschluss registriert. Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter. Was wird benötigt? Wir benötigen für diesen Teil eine FreePBX, mindestens konfiguriert nach Teil 1. Wir brauchen ein Putty Terminal und sicherheitshalber kann es auch nicht schaden, wenn man einen Win-SCP bereit hat, für alle Fälle. So, hier befinden wir uns wieder in der FreePBX Verwaltungsoberfläche und wie auch schon beim ZipGate Trunk ist auch der ZipGate Basic Anschluss, also die Registrierung am ZipGate Basic. Keine große Sache, das geht bei ZipGate sehr einfach. Wir müssen eine Hauptleitung anlegen, wie immer. Wir gehen also hier in Connectivity, gehen hier auf Hauptleitungen und legen mal eine neue Hauptleitung an, indem wir hier einfach sagen, PG-Zip Amtsleitung hinzufügen. So, diese Amtsleitung nenne ich einfach mal Zip, da haben wir schon was, ZipGate Basic und eine Outbound Caller ID sollte man immer reinschreiben. Das hier ist meine ZipGate Nummer, die nehme ich dann hier so in Spitze Klammern. So, Maximum Channels bei einem Standardanschluss ist 2. Damit sind wir hier durch. Dann gehen wir hier in die PG-Zip Einstellungen. So, User, Name und Kennwort. Das sind Dinge, die bekommen Sie aus dem ZipGate Portal und die müssen Sie dann hier entsprechend eintragen. So, dann haben wir hier meine Zugangsdaten drin und jetzt füllen wir den Rest aus. Zip Server, da muss rein ZipGate.de Zip Server Port 5060 und hier muss ein anderer Kontext rein. Hier muss rein vom PSTN-To-Header. Wenn man den alten drin lässt, dann wird die Telefonnummer von Anrufen denn nicht richtig übergeben und können in der FreePBX nicht vernünftig ausgewertet werden. Und Protokoll UDP. So, als nächstes auf Erweitert. Und hier müssen wir dann noch ein paar Einstellungen machen. Da gucken wir mal kurz durch. Also hier Permanent Out Rejection setzen wir auf Ja. So, hier das setzen wir auf 10, das setzen wir auf 60, das lassen wir auf 60, das nehmen wir auf 600, das nehmen wir auf 10 und das hier unten, den letzten Wert, Quality Frequency. Das lassen wir auch auf 60 stehen. So, dann müssen wir noch ein paar andere Daten etwas tiefer eingeben. Da brauchen wir als erstes den Kontakt-User. Der Kontakt-User, Moment, wo haben wir den? Da. Das ist wieder Ihr Username, den Sie aus dem ZipGate-Portal herausbekommen, den Sie also auch schon zur Anmeldung benutzt haben. From Domain. Das ist wieder ZipGate.de. Und From User. Das ist wieder Ihr Username aus dem ZipGate-Portal. So, dann haben wir das auch. Und damit sind wir mit der Konfiguration schon fast durch. Wir müssen nochmal in die Codex gucken. Da wollen wir noch was anderes haben. Da schieben wir also hier ganz hoch U-Law, danach A-Law, dann kommt GSM und den Rest nehmen wir raus. So, und dann sind wir wirklich fertig damit. Dann sagen wir absenden, sagen Konfiguration anwenden. So, und damit wir diese Trunk-Konfiguration testen können, brauchen wir natürlich wieder Outbound- und Inbound-Routen. Und da beginnen wir einfach mal mit einer Inbound-Route. Da sage ich hier mal eine neue Route anlegen und nenne die einfach ZipGate-Basic. So, als Durchwahlnummer kommt die normale Telefonnummer mit 0049 vorn dran. So kommt das aus dem Netz hier rein. Und so müssen Sie die Nummer in diesem Format immer angeben, damit die Inbound-Route diesen Ruf natürlich auch abfängt und aufnimmt. So, und dann müssen Sie noch sagen, wo wird es hingeleitet. Also als Ziel sagen wir, wir wollen eine Nebenstelle wieder haben. Und dann nehmen wir die schon vorhandene Nebenstelle 80 und schauen dann, ob es klingelt und ob wir miteinander telefonieren können. Hier sagen wir absenden und Konfiguration anwenden. Und damit haben wir das Ganze erledigt. Was die Outbound-Route betrifft, da gucken wir mal kurz, wie es bei den Hauptleitungen aussieht. Hier haben wir also alle Hauptleitungen deaktiviert, die schon konfiguriert sind, bis auf die neue ZipGate-Basic. Und da machen wir es uns also wieder einfach. Wir gehen hier in die Outbound-Routen rein. Gehen hier in diese Outbound-Route vom Telekom-Zip-Trunk. Hier haben wir ja schon stehen, also Telekom-Zip-Trunk ist der erste Trunk, über den es rausgeht. Der ist aber deaktiviert, also springt es auf den zweiten. Dann soll es über den ZipGate-Trunk raus. Ist noch aus der Konfiguration vom letzten Mal. So, die ist aber auch deaktiviert, also springt es auf den dritten. Und hier stellen wir nun ein ZipGate-Basic. Und dann klappt das mit dem Outbound auch. Sagen wir absenden, Konfiguration anwenden. Und jetzt wollen wir das mal probieren. So, hier habe ich wieder mein Handy. Das Handy ist natürlich am Mobilfunknetz. So, hier habe ich meine interne Nebenstelle, die Nebenstelle 80. Und jetzt rufe ich aus dem Mobilfunknetz, also aus dem öffentlichen Netz, mal diese Nummer an. Ja, und Sie sehen, es klingelt. Dann heben wir mal ab. Eins, 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 eins. Ja, Sie hören also, funktioniert, geht in beide Richtungen. So, können wir wieder auflegen. Und jetzt machen wir das Ganze umgekehrt. Das heißt also, wir rufen von innen über den ZipGate-Trunk die Nummer dort an. Und das Handy an vielmehr. Und da haben wir auch die Handynummer schon. Und wählen mal. Ja, und Sie sehen, auch hier geht der Ruf ein. Eins, eins. Eins, zwei, drei. Eins. Und Sie hören, auch da funktioniert alles. So, damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Sie haben gesehen, es gibt Trunk-Konfigurationen, wie zum Beispiel bei der Telekom. Die sind deutlich komplizierter. Das hier ist wieder mal eine einfache Sache gewesen. Tja, soviel zur Registrierung am ZipGate-Basic-Anschluss. Eine Information, die ist noch sehr wichtig. ZipGate selbst liefert für die Registrierung der FreePBX am ZipGate-Basic-Anschluss keinen Support. ZipGate sagt, wer mit der FreePBX arbeitet, der soll den ZipGate-Trunk benutzen. Dafür wird dann auch Support gewährt. ZipGate sagt, die Registrierung am ZipGate-Basic-Anschluss funktioniert natürlich. Und das haben wir ja hier auch gesehen. Aber, wie gesagt, bei Problemen kein Support. Das muss man also beachten. Also im Zweifelsfall dann vielleicht doch auf den ZipGate-Trunk umsteigen. So, das soll es für heute gewesen sein. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Und unten rechts finden Sie einen Button zum Abonnieren meines Kanals. Unten links einen Link zur Playlist mit allen weiteren Videos zur FreePBX. Das war es für heute. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.